So Freunde der lustigen Unterhaltung bei Freunde der Nacht. Ich mache mehr Videos am Tag als an der Nacht. Egal. Hinter uns ist ein Dom von Pedro. Und Pedro ist dem vierten. Hier haben wir auch einen wunderschönen Grund, Reich, Pool. Gucken ob da Geld drin ist. Nö. Aber ich sehe Scheinwerfer. Das heißt, es wird mit Sicherheit feucht. Merke ich gerade. Aber es ist Süßwasser. Hinter uns ist Pedro der vierte. Von 1870 sehe ich gerade. Aber nur ein bisschen. Hier haben wir auch wie in Venedig die Tauben auf dem Platz. Nur halt nicht so viele. Hier. So. Mal kurz umdrehen. Da ist er. Der Petrus. Pedro. Pedro. Da ist noch ein Brunnen. Gehen wir da auch noch mal hin. Haben wir das nicht auch gesehen. Und auch hier ein paar Straßenkünstler unterwegs. Ich meine Stadt per se hat ja auch seine schönen Seiten. Aber ich bin einfach mehr der Landmensch. Ich weiß nicht warum. Immer so Stellen wo nichts los ist. Wie gesagt Stadt ist alles gut und schön. Und ne. Habe ich auch selber jahrelang gewohnt. Aber. So schönes Gebäude. Noch ein schöner Brunnen hinter mir. Aber wie gesagt. Theater. Theater ist das. Theater. Also. Also. Das hier hinter mir ist also ein Theater. Wie heißt denn das Theater? Theater. National. De Maria. Der zweite. Das ist Nationaltheater. Ja. Steht da sogar. Theater. De Maria. Du. Ne. Ne. Dos. Spanisch. Schnauze. Ich krieg hier noch Tourette. Ha. Habe ich schon. So. Jetzt nochmal mit ohne alles. Da hinten. Da steht's auch. Könnt ihr aber nicht sehen. Schade. Jupp. Rufe funktioniert. So Chef. Wo gehen wir jetzt hin? In die Richtung. In die Richtung. Alles klar. Gucken wir mal was da los ist. Bis denn. Bis denn. Bis denn.